Da, boah! Jetzt kommt Jonas. Hallo, Lolo. Hallo, Lolo. Los, los. Achtung, Band frei. Ich komme. Hallo, Lolo. Hallo, Lolo. Das seid ihr ja. Und ich bin da. Schön, dass die Kinder da sind. Und du natürlich auch, Naja. Also, ich habe mal nachgedacht. Aha, über was denn? Na, über meinen Roller. Und übers Rumsausen. Autos können rumsausen. Genau so eins. Oder zum Beispiel ein Traktor. Oder ein Bus. Oder ein Dreirad. Ja. Oder ein Haus. Ein Haus? Na klar. Wenn es nämlich so, so Räder hat. Ja, da hast du recht. Wenn ein Haus Räder hat, kann es rollen, 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 rollen. Stimmt. Damit etwas rollen kann, braucht es Räder. Räder rollen, 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 rollen. Halt ihn fest, Naja. Halt ihn. Danke, Naja. Hallo, Jo. Hallo, Lolo. Hallo, Lolo. Was machst du denn da, Naja? Ich denke nach. Über was denn? Über den Ball. Warum rollt der Ball? Stimmt. Ein Ball ist ja kein Rad. Äh. Na, weil, weil, äh. Ja, weil Bälle rollen halt immer. Ha. Jetzt weiß ich. Hä? Na, weil der Ball rund ist. Rund wie die Räder. Und so ein Ball ist sogar an allen Seiten rund. Rund, rund, kugelrund. Seht ihr das? Stimmt, von allen Seiten rund. Aber jetzt gib ihn mir. Hm. So ein Ball ist rund. Das ist der Grund, warum man so tot rumrollt. Rumrollt, 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 rumrollt. So ein Ball ist rund. Ups. Ey, mein Ball. Jetzt ist der Ball weggerollert. Warte, Jo. Ich hole ihn ein mit meinem schnellen Roller-Roller. Na dann, tschüss. 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 罷 Schubi-Dubi-Dubi. Ja. Ja!